Da liegt ihn still, da vorne. Aber dann fühlt es nichts hier, 20 Minuten lang. Nein, wir machen jetzt Blowing Free. Jawohl. Und wie erwähnt es kann man glauben? Zur Not kann man auch sich dazu bewegen. Das kann fast jeder. Außer Thomas. Übersetzt auf Deutschlands heißt es Freigeblasen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020